da hängt da unten doch ein wurm oder hallo leute ich spiel wieder terraria und wir machen auch ein projekt es werden viele leute kommen wie stark sind die dummen kinder ich würde ja super die zerfetzen zerfetzen mich ohne witz alter der anfang ist echt super ja egal egal ja wie auf jeden fall terraria auf das mit auch geholt habe ich hatte schon länger aber ja ist ja mal schön ich werde auch ja da muss auch eine andere mein kurs sein also mein kopf ist zwar auch ein geiles game aber terraria auch schon geil und wir müssen jetzt mal loslegen weil wir haben noch gar nichts und es wird schon Nacht weil wir haben die ganze Zeit bei mir ich habe hier getötet war ja auch noch ein Ziel hat ich war zu müssen los los ich habe schon schwer auch aber ich habe schon stehen wir haben durchgärten holz nix ja doch ich habe es so ein bisschen wo man sie einbauen ist ja alles ich weiß es nicht macht dich ab fein holz hast du meinen auch geklaut man ich ja komm komm jetzt ab so danke für den holz ja warte doch ich sehe nix warte ja warte ich habe fackeln hätten brauchst du einfach nur in der hand zu haben dann geht es auch da denkst du die ganze zeit an der hand haben oder was oh da ist was drin oder ja ah jetzt wie kann man da reinschauen euch haben bummerang rechtsklick ich kann da gar nicht reinschauen euch haben bummerang aber jetzt gebrochen ich will auch da reinschauen ne sich nicht ein ich auch nicht so jetzt kannst du es nicht ja da ist nix mehr gekümmelt ich will die fackeln nicht so boah junge ist sie nicht so ob wir uns kennt euch halt ja wir haben ja auch erst mal einfach damals erst mal eine Bude dann würde ich dann würde ich erst mal oh da würde ich erst mal sagen dass wir irgendwie heavy bis hä wie bist du da jetzt ah ist nicht mein kopf oh die sind schwach die sind schwach boah will sie mich verarschen er jetzt hängt oh alter schwör zum sperren ja den habe ich in der kiste gefunden oh ja oh ja oh ja scheiße scheiße ja okay wir brauchen haus wir kriegen den tot ja perfekt los geht da oh scheiße okay weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier weg hier ich bin tot ja leicht sind diese Gegner jetzt auch nicht die sind eigentlich schon ich komme zu dir fast was von der face lp oder abgespießt ok aber würde ich mal sagen ich freue ich mal so eine kleine hütte ich komme zu dir und ich muss hallo ja genau ich habe nachbarn mitgenommen der ist ganz schön nett hey ey ey ich glaube es geht noch haha bin tot ich bin tot alter du musst ja unbedingt unsere freunde mitnehmen ja die freunde sehen doch nett aus komm schnell her komm runter ja los komm runter die machen viel damage die machen viel damage du noch tot gar nicht am kopf denn ey die bin ich aber oh 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 was ist das denn boah krass guck dir den an der machte gar nichts da hau alter der macht mich schon der mag die so komm schnell komm schnell komm schnell hier rein komm hier rein komm hier rein komm hier rein und so ist klar okay wir sind hier sicher wir können uns ja hier so ein bisschen lang kram und wieso höre ich dich grad nicht keine ahnung alter wieso ja einfach so ein bisschen nach unten kram da hast du mich nicht gehört weil du nichts gesagt hast das sollte ich sie gibt es auch nur mal what the fuck ja ich hab dann keine Terraria mal gezogen mehr gezogen obwohl ich es länger habe als der Leon aber äh nix geht mich man aber nicht ganz aber also wie es komme ich hier nicht gerade drehen ah jetzt ich mach mal ein bisschen licht an da hängt da unten doch ein Wurm oder ja das ist wie ein Wurm ich will nur aufspiechen ja geht das ach geht nicht schau oh guck mal wir haben Nachbarn Hallo Nachbarn du hast grad vorgelegt der Internetding ja ok das soll hier irgendwie so ein Haus bauen in der Erde und dann bauen wir immer weiter nach oben ok so ein Haus ja Terraria ist eigentlich auch so das ähnlichste wie Minecraft für die Zuschauer die es nicht wissen aber Terraria ist einfach halt wie geil wenn man es sehen kann aber wie kann ich dir versetzen was die Blöcke ja ja ich hab schon ok ich bin mal hier die Fackeln mit ich mach mehr und es ist nicht mehr ein bestimmter doch kann ich mir helfen und hier ja jetzt ist sie zu tüsten erwarten ja warte nee 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 komm 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 auf ich will hier zu machen besitze machen ab jeder weg ja lass mich nur machen jetzt haben wir erst mal bei dieser ebene weiter ich mache ich dann okay das reicht eigentlich erst mal da mal hier noch kommen ich habe nämlich so eine idee also ich und mein Bruder haben also ein epic großes Hausgeburt also wenn ihr das mal sehen wollt also das könnt ihr nicht sehen das war krass das war einfach nur kraftshaus Prozent uns ach so ein bisschen er habe ich jetzt einen so muss ich nicht oft ich weiß es nicht an der lege ich hab's ich hab's kann ich bin nicht so ja es hat man nur ein Mensch gemacht Prozent die Kammer der Rhein auch rechtsklick dann hast du unten links zu nutzen weil das ehrlich so jetzt mal ich will da reingucken jetzt wird ja auch nicht was hast du gemacht Lohen die Monster Max, was möchtest du denn filmen? jo ich schwere ja man hat sie voll laut gehört egal wer hat sie ausschneiden von deiner Mutter die gerade reingeplatzt ist Und wie kann ich so wegfallen? aha ha ok hört sich gut an einen Bogen will ich haben gibt es auch Pfeile ah ja ja ich kann nicht rechtlich machen ich kann nicht rechtlich machen ich kann nicht rechtlich machen so sehr lustig ich will rechtlich machen aha boah junge also jetzt ganz alter wo sind die Sachen jetzt in der Truhe nee sind die nicht ja sind die nicht meine Sachen aber nicht du musst sie da reinziehen habe ich aber nicht hab grad äh dings gedrückt und dann das ja du musst da rechtlich machen auf der Truhe ich hab aber Schiff gemacht ja das ist mir klar dass ich auf der Truhe muss man eine Axt muss man eine Axt geh mal weg geh mal weg hä wo ist man eine Axt ich glaube ich habe alles gelöscht ja ja du hast mir die Axt gegeben hey ich hab keine Axt hä ach man muss ich mal eine Axt kraftig boah ich hab gar keine Sachen mehr die sind ja ach stimmt sogar und geht ja nicht ach nee mit Escape Escape ich hab keine Escape ach so ach so ist nicht ah ja ok nee voll der schöne Regen gar nur ging es ging es nicht Regen ist so schön ach nee hier gibt es keine Axt dann kauf dir eine ja wie denn hast bestimmt nicht mehr Holz doch ich hab Holz oder warte mal kann es scheiß Haas ich höre ich höre baum ich mal hoch danke was ist das für ein scheiß Mann das geht doch das ist klar wir müssen uns hochbauen oder was das ist klar geh weg mach dich auch geh weg mach dich auch geh weg ich kann nicht setzen geh weg ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja okay ein zwei drei zwei 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 drei zwei drei zwei zwei ein zwei vier 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 Alter, red mich auch! Red mich! Red mich! Ah, gut! Der Fisch red mich auch, Mann! Ja, Leon, ich muss jetzt weg, nur... Okay, das war's von mir und Max. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Suchtizocker. Tschau!